Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Kapitel. In diesem Kapitel dreht sich alles um Schleifen. Dabei handelt es sich jetzt nicht um eine Geschenksverpackung oder um Haarschmuck oder gebundene Schuhbänder, sondern um die Programmierung von Schleifen. Manche von Ihnen denken vielleicht bei Schleifen an die Wiedergabe von Musikstücken in einer Endlosschleife im Media Player. Diese Bedeutung der Schleifen kommt denen beim Programmieren schon näher. Aber gehen wir zunächst einmal zurück zu unserem Beispiel mit Max auf der Suche nach der Person mit dem größten Alter. Bei seiner Suche hat er eine Person nach der anderen im Raum nach dem Alter gefragt und das erfragte Alter mit dem bisher größten erfragten Alter verglichen. Letzteres hat er gegebenenfalls dann mit dem gerade erfragten Alter aktualisiert. Dabei hat er eigentlich eine Schleife im Sinne der Programmierung verwendet. Er hat nämlich bestimmte Schritte immer wiederholt. Bei jeder Person hat er folgende Schritte durchgeführt. Er hat die Person gefragt, wie alt bist du? Er hat das erfragte Alter mit dem größten bisher erfragten Alter verglichen und gegebenenfalls hat er das bisher größte Alter ersetzt mit dem, das er aktuell erfragt hat. Das hat er so oft wiederholt, bis er alle Personen im Raum gefragt hatte. Eine Schleife ist also beim Programmieren ein Abschnitt im Programm, welcher immer wieder aufs Neue ausgeführt bzw. wiederholt wird und zwar so oft, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. Da wir mit Schleifen den Programmfluss steuern können, zählt auch die Schleife sowie die IF-Anweisung zu den Kontrollstrukturen. Auch bei der Ausführung von unseren Processing-Programmen wird eine Schleife verwendet. Sie sehen sie nur nicht im Code. Erinnern Sie sich, dass der Drawblock immer wieder ausgeführt wird? Alles, was Sie in den Drawblock hineinschreiben, wird vom Processing wiederholt ausgeführt und zwar so lange, bis das Programm gestoppt wird. Solch eine Schleife nennt man auch Endlosschleife. Was genau man jetzt unter einer Endlosschleife versteht, welche Schleifen es gibt und wie Sie sie am besten einsetzen, das erfahren Sie nun in diesem Kapitel. Wie auch in anderen Programmiersprachen gibt es auch im Processing verschiedene Arten von Schleifen. In diesem Kapitel werden wir uns mit den zwei gängigsten Typen beschäftigen. Der While und der For-Schleife. Überlegen wir uns folgendes Beispiel. Ich bin durstig. Was mache ich dann? Ich werde etwas trinken, zum Beispiel Wasser. Idealerweise so viel, bis mein Durst gestillt ist. Wenn man diese Aktivität in einzelne Schritte zerlegt, könnte man sie also auch so formulieren. Solange ich durstig bin, trinke ich einen Schluck Wasser. In dieser Formulierung steckt die Struktur einer sogenannten While-Schleife. Solange etwas, also eine Bedingung oder ein Ausdruck zutrifft, führe etwas Bestimmtes durch. Wie Sie wahrscheinlich einfach feststellen können, ist in unserem Beispiel die Bedingung Ich bin durstig. Und solange diese zutrifft, trinke ich einen Schluck Wasser. Und wieder einen. Und wieder einen. Und so weiter. Und je nachdem, wie groß mein Durst ist, werde ich dann einen Schluck trinken. Oder zwei. Oder fünf. Oder zwanzig. Übertragen wir dieses Konzept nun auf die Programmierung. Die While-Schleife wird mit dem Schlüsselwort While eingeleitet. Diese Stelle im Programm wird auch der Einstiegspunkt in die Schleife genannt. Danach folgt die Bedingung. Wie bei der If-Anweisung wird auch diese in runden Klammern nach dem Befehlsnamen While geschrieben. Die Bedingung wird zunächst überprüft. Wenn sie zutrifft, werden die Anweisungen, die innerhalb der geschwungenen Klammern geschrieben werden, ausgeführt. Danach springt das Programm wieder zurück zur Bedingung der Schleife und überprüft sie erneut. Trifft die Bedingung noch immer zu, werden die Anweisungen innerhalb der geschwungenen Klammern erneut ausgeführt. Und so weiter. Sobald die Bedingung nicht mehr zutrifft, das heißt, sobald die Bedingung innerhalb der Klammern false liefert, werden die Anweisungen innerhalb der Schleife nicht mehr ausgeführt. Processing springt dann zum Ende der Schleife und führt die nachfolgenden Anweisungen aus. Verallgemeinern wir dieses Beispiel, können wir die Struktur einer While-Schleife beschreiben mit While, dann in runden Klammern die Bedingung und dann in geschwungenen Klammern alle Anweisungen, die ausgeführt werden, solange die Bedingung true ist. Setzen wir nun das Ganze in einem anderen Programm um. Wie bei den IF-Anweisungen wollen wir erst mal auch hier wieder das Konzept besser verstehen. Daher arbeiten wir im Moment im Setup-Bereich, da dieser ja vom Processing nur einmal durchgeführt wird. Angenommen, wir wollen folgendes Bild erzeugen. Sieben vertikale parallele Linien. Wie hätten wir das bisher gemacht? Wir hätten jede Anweisung für die einzelne Linie immer separat hingeschrieben. Also die erste Linie, die zweite und so weiter bis zur Linie 7 mit all ihren Parametern. Schaut man genau hin, erkennt man, dass immer der gleiche Abstand zwischen den Linien ist und die Linien selber auch immer gleich aussehen. Damit könnten wir doch eigentlich sagen, zeichne die erste Linie und gehe dann um den Abstand weiter. Dann zeichne die zweite Linie und gehe wieder um den selben Abstand weiter. Und das machst du so lange, bis alle Linien gezeichnet sind. Das klingt doch schon sehr verdächtig nach einer Schleife. Schauen wir uns den Zusammenhang zwischen den einzelnen Linien an. Wir könnten die x-Position der Linien anhand deren Abstand mit Variablen abhängig voneinander machen. Zum Beispiel könnte man den Abstand für die erste Linie einmal nehmen, für die zweite Linie dann zweimal, für die dritte dreimal, für die vierte viermal und so weiter, bis wir alle Linien gezeichnet haben. Der Code könnte dann in etwa so aussehen, wie in Möglichkeit 2. Wir führen hier also diese Variable ein und mit jeder Linie nehmen wir einmal öfters diesen Offset zum Zeichnen. Dadurch haben wir uns Rechenarbeit und ein wenig Schreibarbeit erspart, wenn man das Beispiel erweitern will. Wenn wir eine weitere Linie hinzufügen, brauchen wir nun nur den Abstand mit 8 multiplizieren. Trotzdem würde das bei 20 oder 50 oder noch mehr Linien immer noch sehr mühsam werden. In all diesen Linebefehlen sehen wir aber eine gewisse Ähnlichkeit. Der einzige Unterschied liegt im Hochzählen dieses Faktors 1, 2, 3 und so weiter bis 7. Solche Abfolgen von Programmen könnten wir jetzt mit einer While-Schleife ganz elegant vereinfachen. Das vereinfachte Programm sieht mit einer While-Schleife nun wie folgt aus. Kommentieren wir zunächst die ersten beiden Möglichkeiten einmal aus und die dritte Möglichkeit. Dann sehen Sie hier nun die Option mit der While-Schleife. Alle Anweisungen, die nun wiederholt werden müssen, sind innerhalb der geschwungenen Klammern. Das sind Zeichne eine Linie und erhöhe die Anzahl der gezeichneten Linien. Dann brauchen wir noch die Bedingung. Nachdem wir so lange Linien zeichnen wollen, bis wir die gewünschte Anzahl von sieben Linien erreicht haben, heißt die Bedingung bei uns NumLines kleiner gleich 7. Die Anweisungen im While-Block werden jetzt so lange ausgeführt, bis sieben Linien gezeichnet sind. Dieses Programm lässt sich nun einfach für beliebig viele Linien anpassen. Man braucht nur die Anzahl der gewünschten Linien ändern. Wenn wir jetzt auf Run klicken, machen wir das mal, dann sehen wir auch hier wieder, es sind wieder die sieben parallelen senkrechten Linien. Es ist also dasselbe Resultat, aber mit der Schleife haben wir uns einiges an Schreibarbeit erspart. Das Programm ist also kürzer geworden und übersichtlicher. Und nicht nur das, das Programm kann auch leichter angepasst werden, zum Beispiel um alle Linien zu verschieben oder um den Abstand zwischen den Linien gleichmäßig zu erhöhen.